So, als nächstes ist der Schaltschrank dran. Da habe ich hier so einen Rittal Schaltschrank, den habe ich von einem Kumpel gesponsert bekommen und den werde ich hier auf der Rückseite unten montieren. Also einmal, dass er hier aufliegt und dann so ein kleines Stück raus steht, dass er ungefähr mit den Motoren da abschließt. Der passt auch ziemlich genau drunter, also ein Finger passt nicht mehr ganz zwischen Schaltschrank und das Querrohr. Also einmal werde ich ihn eben hier unten aufliegen lassen und dann schweiße ich hier noch quer einfach so ein L-Profil rein, dass er da noch aufliegt. Genau, der Schaltschrank hat die Maße, mal schauen, 60 auf, ja ungefähr 60 und, naja, so 37 tief ungefähr. Auf der Platte habe ich jetzt schon mal versucht, die Komponenten so ein bisschen zu verteilen, wie ich sie dann befestige. Die Komponenten werde ich auch wieder alle verlinken. Und ja, da werde ich mir auch noch so kleine Halter bauen, wie zum Beispiel riesen Netzteile, die würde ich aus Platz gründen und weil man einfach schön an die Schrauben hinkommt, so aufrecht montieren. Da schweiße ich mir noch einen kleinen Halter zusammen, den ich dann auf die Grundplatte schraube, an dem ich dann die Netzteile befestigen kann. Aber bis später. Jetzt werde ich erstmal für den Schaltschrank unten eben da so ein L-Profil kürzen und quer unten in das Gestell reinschweißen. Gut, diese Querstange, Strebe ist jetzt eingeschweißt. Da habe ich einfach hier so ein L-Profil, was ich noch über hatte, genommen und wie gesagt längs reinschweißt. Als Abstand habe ich hier ungefähr den gleichen Abstand genommen, wie oben hier diese hintere Kante entfernt ist. Weil da werde ich oben hier noch irgendwie so laschen oder was, anschweißen an beiden Seiten und den Schaltschrank dann eben nur hier oben noch festschrauben. Weil unten steht er und oben dann noch, dass er nicht umfliegt. Und ich will den auch isoliert zum Rahmen aufbauen. Also irgendwie mit so Gummis noch unterlegen. Dass die Masse von der Elektronik von der Schneidmasse vom Tisch dann getrennt ist. Die ganzen Durchführungen für Schalter und Motoren und sonstiges werde ich in dem Bereich hier schauen, dass ich es irgendwie rein mache. Also Löcher rein bohren und dann eben diese Stecker oder diese Durchführungen anbringen. Genau. Und deswegen werde ich auch bei der Platte schauen, dass ich hier diesen rechten Bereich relativ frei lasse. oder ein bisschen Abstand auch halt, dass ich dann da genug Platz habe für die Durchführungen. Zur Montage von den Netzteilen oder zur Positionierung von den Netzteilen auf der Montageplatte vom Schaltschrank habe ich mir zu Winkel zusammengeschweißt, damit ich eben diese Netzteile aufrecht drin positionieren kann. Also einmal links hier so eine. Das sind hier dann so Haken ausgespart. Da werde ich dann einfach bei den Netzteilen den Löcher hier Schrauben rein machen. Und diese Halterung kommt auf die Grundplatte geschraubt und dann kann man hier diese Netzteile in diesen Aussparungen dann eben einhängen, dass man auch noch schön hinkommt, wenn es im Schaltschrank dann verbaut ist. Für die drei großen Netzteile habe ich einfach links und rechts hier jeweils so L-Winkel angeschweißt oder zusammengeschweißt. Also einmal links und rechts und die kleinen Netzteile die haben nur auf der rechten Seite diese Halterung. Die sind jetzt auch nicht so schwer. Da habe ich zwei kleinere Winkel dann vorbereitet zum Montieren. Also die werden dann nur auf der rechten Seite gehalten, aber ich denke das sollte passen. Zu dem Winkelstahl selber, das ist glaube ich zwei Millimeter starkes Ölprofil. 20 x 20 und wie gesagt einfach ein langes Stück her schneiden in dem Abstand in dem man die Netzteile positionieren will und dann entsprechend halt einfach auf die Höhe sehen. Ich habe sie jetzt so gemacht, dass die, wenn die montiert sind, ein bisschen Luft zur Rückwand haben. Dass man es noch auf jeden Fall gut rein kriegt. Ja, ich denke da ist mir viel dabei. Einfach halt ein paar Löcher rein und ein paar Aussparungen und zusammenschweißen. Ich habe jetzt schon mal einen Großteil der Komponenten auf der Schaltschrankplatte verschraubt. Also wie gesagt hier für die Netzteile so eine Art Rack gebaut oder halt einfach mit diesen L-Profilen so einen Halter. Dass die eben so in der Position montiert werden können. Die Motortreiber habe ich schon mal montiert. Ein paar Kabelkanalreste. Eine Hutschiene. Da kommt dann noch ein Schütz drauf, mit dem man dann einfach die ganze Anlage ein- und ausschalten kann. Ein paar Klemmen, um eben L und N und PE zu verteilen. Hier kommt mein Plasma-Controller noch drauf. Genau. Ja, ich werde jetzt das ganze mal in Probeweise in den Schaltschrank reinstellen. Um einfach schauen zu können, an welcher Position ich hier seitlich aus dem Schaltschrank mit den Anschlüssen rausgehe. So, ich habe jetzt die Platte schon mal leicht reingeschraubt in den Schaltschrank. Und werde mir jetzt eben hier markieren, wo ich diese Anschlüsse für die Motoren und das ganze andere Zeug, das rausgeht, aus dem Schaltschrank anbringen werde. Dass ich dann schon mal hier die Löcher bohren kann. Mit dem Netzteil werde ich irgendwo, äh, mit dem Netzanschluss werde ich irgendwo in die Ecke rausgehen. Oben im Schaltschrank ist hier jetzt schon ein Loch drin, da werde ich dann mit dem USB-Kabel vor dem Controller durchgehen. Genau. Und von der Außenseite, also hier oben, ich lasse hier ein bisschen Platz eben zwischen dem Gestell und dem Schaltschrank. Das heißt, ich werde grob hier mit dem Netzanschluss reingehen. Vielleicht mache ich dann auch hier noch irgendwie einen Kabelkanal hin, das weiß ich noch nicht. Und mit den Motoranschlüssen und dem ganzen anderen Zeug, Endschalter und so schaue ich, dass ich irgendwie so hier in dem Bereich irgendwie rausgehe. Oder hier. Weil da läuft ja dann hier noch der Riemen und das Kabelschlepp. Das heißt, ich schaue das irgendwie, ja, hier unterhalb bleibe und dann hier die Löcher rein mache. Gut. Der, äh, die Platte ist jetzt in den Schaltschrank eingebaut. Ich habe jetzt hier seitlich auch gleich die ganzen Anschlüsse hingemacht, die ich dann später noch brauche. Ähm, hier fehlt halt jetzt noch der Schütz und die Klemmen. Aber die Netzteile sind alle drin, die Motortreiber, der Controller. Ähm, hier werde ich dann mit die 230 Volt, also mit der Spannungsversorgung reingehen. Ähm, da gehe ich nochmal raus mit der Spannungsversorgung, um eben dann hier auf diesen Ein-Ausschalter zu gehen, der dann das Schütz steuert und alles quasi einschaltet. Und hier gehe ich fest mit die 230 Volt noch drauf. Da habe ich außen quasi für einen Monitor, für einen PC, ähm, solche Kaltgeräte, Buchsen hingemacht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, warum ich die genommen habe. Steckdosen hätten es eigentlich auch getan. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vom Platz her. Aber eine Steckdose wäre im Endeffekt leichter wahrscheinlich gewesen zum Einbauen und hätte den Zweck genauso erfüllt. Ähm, für die 230 Volt hier, einfach so PG, ups, Verschraubungen. Genau. Und für die Motoren und Endschalter und Notausschalter und THC-Anschluss, weiß gar nicht was noch. Ja, da habe ich hier diese, ähm, Stecker und Buchsen genommen. Da kann man halt dann quasi die Motoren, also unten kommen die Motoren hin, die kann man dann quasi auch wieder, ja, abstecken. Ähm, ich wollte das Ganze so machen, weil ich ja das alles nochmals legen muss, ähm, wegen dem Lackieren. Ähm, ja, das braucht es nicht, also man kann es auch fest verdrahten. Ähm, ja. Vielleicht von der Innenseite nochmal. Also ich werde, ähm, die Motoren eben hier anschließen, beziehungsweise die Motortreiber. Das sind jetzt alles 5-Polige, ähm, bei den meisten brauche ich die 5-Polige auch nicht. Ähm, das sind zwei 2-Polige, einfach weil ich, ja, nicht mehr genug 5-Polige hatte. Aber das ist für die Not aus, da reichen 2-Polige. Genau. Ach ja, ähm, die Komponenten, die verlinke ich auch wieder. Das sind hier einmal die drei großen Netzteile. Ähm, zwei davon für die lange Achse. Also für den linken und rechten Motortreiber, ähm, jeweils ein Netzteil. Dann für die kurze Querachse ein Netzteil. Und ein kleineres Netzteil für die Z-Achse für den Motortreiber. Und noch ein Netzteil für den Controller. An den Stellen, an denen der Schaltschrank, ähm, Gehäuse aufliegt, habe ich mir zu Gummistreifen ausgeschnitten. Eben um, ähm, ähm, den, äh, die Masse quasi vom Schneidtisch und vom Schaltschrankgehäuse zu trennen. Also ich habe mal hier vorne, wo er aufliegt, eben so Gummistreifen. Hier hinten, wo ich dieses L-Profil noch eingeschweißt habe, auch einfach zwei so Gummistreifen. An der Stelle hier hinten, habe ich ja noch gesagt, dass ich, ähm, irgendwelche Laschen herschweiß, um den Schaltschrank noch anzuschrauben, dass er nicht umfällt. Oder dass er einfach, ähm, gegen Umfallen fixiert ist. Und da habe ich jetzt noch diese, ähm, Teile über, die eigentlich hier oben noch, also die ich hier unten angeschweißt habe zur Verstärkung. Und die ich jetzt hier oben aber weglassen habe. Und da werde ich jetzt einfach zwei Stück irgendwie so zusammenschweißen und dann hierher schweißen. Dann kann ich da in dem unteren Loch eben zweimal das Ganze den Schaltschrank montieren. Damit, ähm, bei der Montage vom Schaltschrank dann, also wenn der da festgeschraubt wird, ähm, auch die Massen getrennt bleiben. Dann habe ich jetzt hier einfach, ja, wie so aus Kabelkanalabdeckungen so Plättchen rausgeschnitten, die dann eben hier drüber kommen. so rum. Und einfach ein Stück Gummischlauch über eine Schraube zur Isolation, weil dann kommt quasi die, das Ganze, das wird dann so befestigt, das ist dann diese Lasche, dann kommt hier nochmal so ein Isolationsplättchen und da kommt dann der Schaltschrank hin. Und somit hat der dann eben keine elektrische Verbindung zum Gestell. Und dann geht dasauso auch so. und so Vielen Dank.